Sie nehmen Zusatzmittel ein, um gesund zu bleiben? Verdienen Ihre Tiere nicht dasselbe? Für eine problemlose Geburt verabreichen wir unseren Kühen Reviva. Es hilft ihnen für einen guten Start. Das Energiegetränk für Kühe, die gerade gekalbt haben. Extra schmackhaft, extra Calcium, kein Ärger mit Nahrungsbuli. Einige Tage vor der Abkalbung verändert sich viel im Körper der Kuh. Durch hormonelle Reaktionen wird der Körper auf die Geburt des Kalbes und den Beginn der Laktation, Milchabgabe, vorbereitet. Vor und während der Abkalbung ist die Kuh nur wenig oder gar nichts, verliert jedoch viel Feuchtigkeit und Elektrolyte. Die Folge hiervon ist, dass die Kuh nach der Abkalbung oft schlapp und kraftlos ist. Die Kuh muss nach dem Kalben viel Calcium aus ihrem Körper für die Laktation bereitstellen. Eine Versorgung mit leicht verfügbarem Calcium ist dringend erforderlich. Durch die Verabreichung von Reviva direkt nach dem Kalben wird eine frühe Grundfutteraufnahme stimuliert. Durch die schnell verfügbare Energie in Reviva wird die Kuh aktiver und beginnt früher mit der Aufnahme von Grundfutter. Farmusan Reviva wird einmalig direkt nach dem Abkalben gegeben, noch bevor die Kuh unbeschränkt Wasser trinken kann. Reviva ist schmackhaft. Es wird von Kühen gerne getrunken. Reviva ist schmackhaft. In Reviva erzielen wir sehr gute Ergebnisse. Wir sind sehr zufrieden damit und setzen es daher auch bei jeder Kuh ein, die abkalben muss.